rodenwald cyclist schon wieder meinen schon wieder ein video von mir ihr müsst leider aushalten ihr müsst ja gar nicht könnt ihr wegschalten wenn es euch nicht passt ne nehmt ein paar tablette oder so ne also jetzt mal freundlich also ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuesten let's ride ich rede ein bisserl gedämpft heute weil es ist schon später am abend oder sagen wir mal frühs am morgen es ist 0 uhr 45 es ist donnerstag der 26 7 2018 und diese ausfahrt stammt aber von vor paar tage das schon ein paar tage alt ich habe zwar heute auch gefilmt ich war heute auch unterwegs aber nur ungefähr 14 kilometer eine kleine hausrunde bis höchst wieder zurück und dann mal kurz zum funkbuckel hoch also wo der funk mast steht mal kurz da hoch bilder oben gehockt gechillt und die dämmerung beobachtet da oben sind sehr viele rabenvögel oder krähen so also halt eben so eine krähen tiere krähenvögel die da oben halt dann hocken also waren schon bestimmt so über 100 die hocken da im abge abgemähten gras ist es nicht das ist das weiße oder sass mais also irgendwie sowas und jedenfalls hocken die da oben und dann ja matz gezählt da sind die fahrt geflogen irgendwann so haben sich gesammelt sind in zwei drei gruppen dann nacheinander weg geflogen und haben dabei in mazga kehl gemacht aber sehr beeindruckend einfach cool und da hab ich halt gehockt und ein bisschen so rumgeklotzt mond war auch zu sehen und das was ihr momentan so am himmel seht vor allen dingen nachts was so ein bisschen orangen leuchtet ja also quasi das hellste objekt neben also nach dem mond das ist der mars weil der momentan in einer ziemlichen erdnähe sich befindet das wie sieht man den jetzt so gut das mal zur info er fängt irgendwann auch hier wenn es dunkel wird fängt er auch an da also eine 22 uhr schon oder so oder also ich weiß nicht mal 22 30 weiß nicht mehr wann jetzt direkter anfang ist und also jedenfalls wird er glaube ich erst wieder im jahr 2125 oder was so lang sein da der erdschatten der sich da vor den mond schiebt also nur wenn ihr interesse habt da könnt ihr ja mal ausgucken also wie gesagt am freitag 27 ist es die fahrt ist jetzt von von ein paar dach gemacht also da bin ich ein bisschen weiter gefahren wie heute da war es auch noch nicht so brüllend war ich bin ja heute auch erst quasi in den abendstunden halt gefahren aber da war ich ein bisschen früher unterwegs und muss sagen ja ich habe dann die fahrt abgebrochen also ich bin jetzt hier bis neustadt quatsch bis höchst gefahren habe dann gedreht bin noch einmal zurück wollte bis michelstadt steinbach dahin herausfahren hasselbrunner und dann habe ich aber in bad könig zell sehr sehr verräterische dunkle wolken am himmel gesehen und da habe ich mir gedacht besser fährst du wieder zurück dann bin ich dann da umgekehrt und dann war ich daheim und fünf minuten später oder zehn minuten später hat schon angefangen das war da ziemlich massives was sie ziemlich massive regenguss der darunter gebatzelt ist gewitter war es jetzt keine ich glaube es gab eins zwei blitze vielleicht ja aber ansonsten war da in der richtung ruhe hier sieht man sich ein bisschen da oben aber das ist die andere richtung war dann krasser das kann dann da sonst vom süden da hin ich war jetzt hier richtung norden grobe richtung grobe richtungs angaben so ist das ja ja was gibt es sonst neues ja mache ich wieder physio physiotherapie die dritte ist das die dritte sitzung das sind die fette was ist kann tut ganz gut so man lernt ein bisschen was und ja schauen wir mal wie es neue dann ist was neue gemacht wird und so weiter ansonsten ja keine sommerkrippe oder irgendwie sowas ja alles gut in der hinsicht da ist ebenso das übliche man sieht ja hier auch schön wie ausgedörrt das schon alles ist wobei heute hat der also habe ich wieder so ein spinner gesehen da der hat er ist da mit dem rasendrimmer darum gesprungen da auf seinem auf seiner wiese da irgendwie hatte ich schon was was hast du denn da wegschneiden ist ja eh nichts mehr da komplett vertrocknet der ganze krempel macht er da draus herum das ich weiß nicht was die vier was die vier keine ahnung also was da im kopf da vor sich geht soll den scheiß abfackeln und soll das planieren und soll dann hier in packplatz draus machen da kann er hier ein paar parkautomaten aufstellen und da kann er sich noch ein paar kröte näher werft dienen anstatt er da das sowieso den 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 zusammengerutzelte kram da noch einmal ex also da noch einmal eine krawall macht die nachbarschaft mit seinem läm da erfreut das ist also ich krieg das raffst aber nicht ich meine das ist ja der einzige schutz den so wie sie hat also quasi die grashalme gerade bei so einem wetter solange die halt da sind wenn die ausgetrocknet sind weg sind dann ist eh quasi case gelutscht erst einmal da muss es schon gescheit regnen sondern er holt sich der krempel langsam wieder aber wenn der dann wenn es eh so trockig ist dann noch mit dem also krieg ich nicht in die rübe also tut mir leid aber da da brennt mir den kopf anfang komm ich schon denke nicht hinterher wie man so schön sagt vielleicht muss ich auch anfangen irgendwelche tablette zu nehmen da gehe ich kopfschmerzen oder so also gehe ich hirn schmerzen muss man ja sagen das hat ja mit dem kopf nichts mehr zu tun diese dinge kapiere ich ahne was das da soll da das ist ja ich meine das ist ja sowas von passiv da mit so einem mit so einem akku ding also mit so einem teil da rum zu stehen spazieren zu stehen wie man immer sagt nicht das ist ja weder fahren noch gehen das ist ja stehen spazieren stehen ja gut aber ich muss eigentlich alles kapieren ich mache sowieso über viel zu viele sachen kopf eigentlich reicht ja gar nicht die rübe dafür aus kannst du nur noch also viel mit dem kopf wackeln und da kannst du ja gar nicht mehr das geht ja gar nicht das ist ja verrückt da wirst du verrückt ja gut heute auf der ausfahrt auch wenn jemand wieder getroffen den schon länger zeit nicht mehr gesehen habe ein paar worte gewechselt so ein paar insider ausgetauscht war ganz interessant privat ist privat ist aber interessant kann man immer mal was man nie für was muss noch mal das fach wissen die insider wissen für was man gebrauchen kann so ich bin also in höchst angekommen weiß dahin rum wohncontainer um quasi dann wieder zurückzufahren ich hatte so ein paar so ein paar abschnitte bin ich da gefahren wo ich ein bisschen gas gegeben habe ich mache das dann aber wenn ich merke so ach das macht jetzt irgendwie bock so und ich kann es jetzt auch irgendwie mal so von genug luft momentan im system und die beine machen mit unser system fühlt sich gut sagen wir mal so dann tun wir das auch mal machen kann man da mal stoff geben aber natürlich nicht lang weil da fehlt mir dann halt doch die power bin ja letztes jahr zum beispiel auf letztes nicht nur letztes jahr das war das jahr davor und das jahr davor bin ich auch weit aus mehr gefahren wie dieses jahr nervt hat nervt mich schon ein bisschen aber soll ich mache ich kann es nicht viel beeinflussen da muss halt das ist halt wie es ist mein gott das muss man dann so als status quo erst mal nehmen es bringt ja nichts wenn man sich da dann irgendwie schreckisch macht oder sowas und sich dann verrückt macht sagt man dann aber naja dann machen wir halt so viel machen wir dieses jahr so nutzen wir das dann die zeit und mache halt eben so unsere hausaufgaben und unsere gänge um dann eben nächstes jahr dann wieder ein bisschen besser dazustehen und da vielleicht ein bisschen paar kilometer mehr zu machen und regelmäßig noch fahren zu können und so weiter man kann ja auch aus der scheiße noch positives sagen wir mal so oder sollte man zumindest das lebe ist halt so ohne den katzen muss ich nachher was zu essen geben noch der hat jetzt gar nicht so viel hunger also wenn es warm ist klar der flackt dann meistens irgendwie hier auch gerne mal in der wohnung rum weil es einfach kühler ist wie draußen sind ja die schotten sind ja dicht ja ich habe ich habe es vorhin mal gepackt im betts rider sein aktuelles video zu gucken vom hohle buckel und so erzählt er da und erzählt also ja gut also das mit dem mit dem bräuberg das war ja jetzt keine verpflichtung oder so also das ever resting da das hat es halt einfach nur so interessiert und bin mir sicher da kann man paar geile könnte man paar geile einstellungen machen also auch gerade so ganz flach über dem asphalt filme und das dann in zeitlupe um die kurve und so also richtig schöne verschiedene perspektiven also ich konnte da nicht mitfahren ich kann vielleicht ja gut ich also ich könnte vielleicht zwei mode buckel nur von runter fahren aber dann kannst du mich an die dialyse hängen und erst einmal oder eine game of sack zum beatmen irgendwie sowas klar aber ich so als so als perspektiv beobachte und paar schöne einstellungen machen so wie gesagt wenn es jetzt nicht dieses jahr stattfindet mein gott dann hat nächstes jahr oder so also es rennt ja nicht fort und ich denke mal so so gott will und so weiter bin ich ja nächstes jahr noch am stadt und da kann man das immer noch machen es ist nicht schlimm da alles gut alles im grünen bereich ja ansonsten mal gucken vielleicht fahre ich auch noch mal an die bergstraße diesen diese saison also in anführungszeichen saison ich glaube nicht dass ich noch mal den meli bogus da 9 9 box da wie letztes jahr das war ja schon für die wucht brummen schon das war schon ausnahme event der aber sei es drum also ich meine wenn wenn es wenn es da ist das körpergefühl und wenn wenn dann dann kann man ja dann kann ich auch dem meli bogus manuf grauchen krabbeln schneckieren fahr ich halt mal da noch das war ja letztes jahr ganz witzig gewesen eigentlich und ich das was dabei an video material rum kam hier das war ja auch nicht so schlecht also das muss man dann ein bisschen verrufen weil das kann man jetzt nicht bier ernst deckel nehmen da eine bier deckel ernst nehmen so was sondern man muss das dann halt eben ja ein anderes cover sozusagen dran machen anderes label und dann ist das schon wieder fangen so den buchel komme ich ganz gut hoch mittlerweile das geht alles da ich kann mich noch erinnern wie ich hier das erste mal ist also vorher was was ich das erste mal ist diesen diesen kleinst kügel da die brustwärts da hochgefahren bin da habe ich mir gedacht ich verreck das ist wirklich kein scheiß jetzt klar wohl völlig untrainiert übergewichtig und die pumpe ist es atmen ja quasi überhaupt noch nicht gewohnt gewesen mittlerweile kann ich ja zumindest einigermaßen volumen verarbeiten so von dem waschern sauerstoff reinziehe aber ich weiß noch das war dann schon da so kacke das ding da ich bugle doch nur verheize jesus ja heize falsche watt aber geht alles ja ansonsten ich hoffe auf jeden fall dass der betzschreiter demnächst da seine sein bein da wieder dass das wohl wieder in atmung ist da jetzt ist und dass er da dann wieder einsteigen kann voller kann da vor allen dingen in seine lauf geschichten ich habe das als dauerzustand so ein scheiß da und dann noch das übergewicht klar logisch aber das ist ja auch schuldeigene weniger fressen und mehr disziplin da kann man ja abnehmen das ist ja also da möchte ich jetzt das ist kein schicksal oder so jetzt das möchte ich da nicht hinstellen so als alles ist immer so ein ganzes komplex also man kann sowas ja nicht abtrennen das sind das ist aber so der lebensstil ist halt im allgemeinen zu betrachten und da im allgemeinen müsste er da angepasst werden aber jedenfalls hoffe ich dass er da demnächst wieder beschwerdefrei da auftreten kann und kontrolle und alles hat da im fuß und so weiter was also gebraucht ist weil spartverletzungen brauchen wir nicht was ist halt leider gottes irgendwie auch wiederum teil des deals es gehört wieder irgendwo mit dazu hat klar aber es geht vorbei und jan erkennt keinen schmerz oder wie man sagte ja mal schauen was die nächsten tage so ansteht ich weiß schon was ansteht aber gucken wie es dann am wochen ist da so machen also hier fahre ich quasi jetzt noch einmal hier an bad könig vorbei da unter kurpark dahinter links von mir ist der rechts von mir ist die mümling 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 die mümling ja und da wollte ich wie gesagt da sieht man aber schon so bis die wolken das ist jetzt hier heller als in recht in echt war weil natürlich die kamera der iso automatisch nach geregelt wird und da sind dunkle flächen dann wenn sie nicht komplett sowie rechts da die bäume komplett abgeschaltet sind wenn er aufgehellt das ist noch so die kamera die kamera späße also ich habe das ja schon eine weile beobachtet und habe ich gesehen naja das zieht genau da in mal fahrt richtung hin wenn es jetzt weggezogen wäre hat gesagt da ja komme falsch raus aus dem gewitter oder aus dem regenschauer aber so bin ich ja direkt quasi richtung regenschauer gefahren und der regenschauer richtung meiner person oder meiner fahrt richtung da habe ich gesagt besser nicht muss ja nicht sein unbedingt ne ich bin jetzt gar nicht der sich da voll das jetzt toll finden wenn er da folge gepullert wird von oben gut die klingel kleines ding aber was schön laut gute bell gute bell wenn wir demnächst einmal wieder irgendwie so hart trash talk machen habe ich mir vorgenommen naja was ich mir so vornehmen aber mal schauen das ist dann immer so spontan ich war zwar heute schon auch wieder in rage und so und hätte doch gott weiß was erzählen können aber ich mir gedacht wisst ihr was bringt ja nix ne also da kann ich mal fußland die kusche quatschen das bringt ja eh alles nix also davon ändert sich ja der ganze irrsinn nicht von daher habe ich gesagt ach was gut sein fahr lieber auf runde fahrrad dann und schneidest du noch ein bisschen video schon zusammen so wie es jetzt halt gerade mache im moment und dann ging es mir schon auch noch gucken siehst du die aufzeichnung von von der heutigen tour etappe diese seltsame etappe diese seltsam kurze etappe da aber über irgendwie nur anstieg genug da bin ich zwar schon gespoilert waren also ich weiß schon wer gewonnen hat aber wie es dazu kam und so diese dramaturgie das guckst du mir dann noch an wenn ich es ganz schaffe findet neue neue nachhole so je nachdem läuft alles nix weg so wie lange haben wir noch hier sind wir ja bald am ende klein bisschen noch ja ansonsten das übliche halt ich hoffe euch geht soweit gut und der sommer ist bis jetzt so einigermaßen gut mit euch umgegangen und ihr auch mit ihm ich bin in bad könig zell und da habe ich dann gemerkt obwohl da war ich glaube ich noch nicht da war noch nicht der punkt wo ich gesagt habe komm wir fahren wieder zurück sondern ich glaube dann werde ich da vorne auf die darf kasse da ein biech und dann da der buckel hoch vor den kleiner da habe ich dann gesagt so ane das muss nicht sein dann bin ich dann wieder rumgedreht also man muss jetzt mal noch lob aussprechen das sparsch mir noch also das muss noch vier minuten warte oder so oder ja ungefähr es kommt dann noch das kommt dann noch muss ja mal loben kann ich nicht kritisch kritisieren und so weiter das geht ja auch nicht man muss ja auch mal loben können weil motzen durch ja genug und wenn es grund für positives gibt oder für positive erwähnungen sondern kann man das auch machen dass man so ein bisschen ausgleicht die aber obwohl gut die das negative überwiegt halt meist oder das positive wird dann zu selbst zu selbstverständlich genommen und darüber nicht geredet oder wie auch immer das ist auch so eine charakterschwäche die ich habe eine von vielen wohlgemerkt also da wisst ihr bescheid so hier habe ich mal ein bisschen stoff gegeben so und ja gut ich habe ja auch anlauf genommen deswegen fahre ich ja überhaupt da hinten rum da an dem autohaus da auf die straße drauf und nicht da an dem möbelhaus weil ich dann einfach ein bisschen längere schwungphase habe so und da habe ich dann gesagt nix links rum und wieder zurück weil da oben das ist schon recht dunkel also das ist wie gesagt in original in natura war es weitaus dunkler als das was man hier zieht und es zog eben da in die also aus der richtung in die ich jetzt reinfahre zog das dann jetzt quasi richtung da wo ich hin wo wollte also wäre ich dem schlecht entgangen deswegen habe ich mal gesagt ne kommt war wieder zurück don't be a fool ja im prinzip ist das alles was ich zu euch zu sagen habe im moment jedenfalls ich bin jetzt auch schon ein bisschen ein bisschen peng peng in der birne es ist schon spät relativ spät ein uhr und sechs minuten haben wir jetzt in der nacht und so langsam fährt sich das system runter ich möchte jetzt eigentlich nur noch konsumieren nicht mehr aktiv produzieren sondern nur noch passiv konsumieren ich werde mir dann noch ein wassereis aus dem kühlschrank holen hier orange finde ich total geiles zeug gerade bei der hitz immer wieder angenehm schaue ich mir zu dass ich da so ein packen da im gefrierfach da im lacher quasi sozusagen habe dass das dann immer parat liegt so hier habe ich mal wieder stoff gegeben ein bisschen bin hier knapp über knapp an die 40 kmh rangekommen also auf der spitzengegnigkeit aber dann merkt man halt schon dass roll widerstand luft widerstand quasi mit der dreht leistung irgendwann dann so auf gleicher höhe ist und dann kann man nämlich nichts mehr drauf setzen dann müsste rückgewind helfen hier geht es zwar leicht bergab hier geht es schon wieder hoch mit dem bergab aber man merkt halt schon auch auf der geraden wenn da wenn ich da stoff gebe dass irgendwann einmal der durch das gewicht und natürlich auch durch die körperbreite entsprechend mehr und auch die sitzposition ist glas mountainbike sind jetzt keine straßen reine straßenreifen die ich drauf habe sind race king von und hinter derzeit race king hier kontinental und eben das das ganze irgendwann da müsste man dann einfach mehr watt dritt treten um quasi dass diese noch weiter zu verschieben da diese anderen physikalischen widerstände die da hat sind und da kann man jetzt sagen ja gut dann drehe ich mal richtig neu dass ich so 40 kmh bin und halte dann die 40 kmh mit 150 watt oder so also das ganze vergessen also da ist einfach mehr nötig da musst du permanent mehr aufs pedal gebe um eben diesen widerständen quasi zu über bieten so ich bin jetzt also quasi hier in bad könig angekommen und fast at home fast zu hause zum abschluss noch was positives fand ich gut hat eine weile gedauert ja okay ist aber nicht schlimm zumindest ist es dann wieder so weit dass es wieder da ist nämlich der radstreifen hier in den schöne knalle knalle bunte was als knalle bunt also dieser rote oder orange ne schöne satte fette farbe ich werde den ewig so halten klar aber gut dass sie beibehalten haben und dass sie den auch wieder so schön optisch herausstechend sozusagen gepaintet haben merci beaucoup sehr gut das war nur sehr kurz aber immerhin gibt es ein so ich wünsche euch was macht's gut schmilzt mir nicht davon und lasst von euch hören bis zum nächsten mal urmahlzeitlist arrivederci so Untertitelung des ZDF, 2020